Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Rede des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, in dem dieser offen die Absicht äußert, Kriegsverbrechen und sogar ein Genozid zu begehen. Die Rede hielt er in Folgen von Aufständen im Osten der Ukraine, nach 2014. Im Folgenden der O-Ton von Petro Poroschenko und Augenzeugenberichte und Bilder von den Zerstörungen in der Ostukraine, die beweisen, dass den Worten Petro Poroschenkos Taten gefolgt sind. Danach noch ein paar Worte dazu. Weil wir arbeiten werden, haben wir nicht. Wir werden pensionärer werden, haben wir nicht. Wir werden pensionärer werden, haben wir nicht. Wir werden Kinder in der Schule gehen, in den Kindergarten, haben wir nicht. Denn sie werden nichts machen können. Und so, und so, wir gewinnen diese Krieg. Bereits seit August und September bekamen viele Menschen im Donbass keine Gehälter und keine Renten mehr. Das Ganze wurde verschärft, als zusätzlich eine Wirtschaftsblockade verhängt wurde. Seitdem sind 250 Staatsbetriebe aus dem Energiesektor stillgelegt. Und schon damals, vor dem nahenden Winter, zeichnete sich ab, dass die Zivilbevölkerung ziemlich harten Zeiten entgegengeht. Nicht nur, dass sie bombardiert wurden, sondern ihnen wurde eben auch anderweitig jegliche Lebensgrundlage entzogen. Wir sind, wenn wir uns nicht mehr verhängt, haben wir, wenn wir uns nicht mehr verhängt haben. Wir haben uns nicht mehr verhängt, aber wir sind komplett in der Winter nicht mehr verhängt. Wir sind schon komplett in bedrees und haben uns nicht so viele. Das ist so schwer! Wir binden uns so viel. Wir binden wir uns und in Ukraine leben! Wir brinden uns so viel wie eine Art von Bedenken! Ich weiß nicht, wie wir uns zimieren können, ich weiß nicht. Wir haben jetzt nicht mehr Geld, wir haben nichts, wir haben nicht mehr Geld. Wir haben uns hier die Leute, die Opelgenze gebracht haben. Das ist so eine Geschichte. Wir haben alles, wir haben eine Arbeit, wir haben eine Stabilität. Wir haben uns eine Arbeit, wir haben eine Stabilität. Ein weiterer Tag in Donetsk mit massiven Granatbeschuss, Haubitzen, Gratfeuer und wieder trifft es nur zivile Ziele. Drei Kilometer von unserem Ort entfernt, an dem wir wohnen, hat es eine Straße und zivile Wohngebäude erwischt und das Haus der Kultur, Dom Cultura. Fünf bis acht Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Unter anderem sind drei Menschen in einem Auto verbrannt, das einen direkten Treffer erhalten hat. Es ist sehr schrecklich. Warum das alles machen? Dieser Pорошенко, diese военные, die seinen Kriegen senden, zu seinen Menschen zu töten, was er macht? Was er macht? Er ist das, das er schrecklich des Endes zu lösen. Dass in den westlichen Massenmedien immer die Rede davon ist, dass die sogenannten Separatisten für den Beschuss verantwortlich wären, es ist und dafür ist die OSZE auch vor Ort relativ leicht nachweisbar, von wo die Geschosse stammen. Und Donetsk und Lugansk werden nicht von der Volkswehr bombardiert, sondern von der ukrainischen Armee. Wir alle in den Wald fangen. Es ist страшно. Wir haben solle Schmerzen, solle Musik. Wir sind mit der kleine Mädchen, ihr 3 Jahre alt alt. Wir sagen, dass sie, was das? Wo ist meine Mutter? Die Mutter hat sie in Donetsk. Wir haben solle Schmerzen, die wir in den Aaraport haben. Wir sind solle Schmerzen, solle Schmerzen, solle Schmerzen. Die Schmerzen, solle Schmerzen. Es war sehr schmerzen. Ich bin sehr gut. Dann haben sie mich in eine Art und ich bin in Dürrschkof. Und dann bin ich hier. Wir sind in 5.00 Uhr. Wir sind in der Saar-Aeroport. Wir sind in der Saar-Aeroport. Es war sehr gefährlich. Wir sind hier in den letzten Tag. Wir sind in den Bauch. Wir kamen hier, weil wir nicht in Peska waren. Wir haben die Gas, die Wälder und dann kamen. Paulina, die meine Sestra, sie spürte, sie spürte, sie spürte, sie spürte. Sie schreit sehr stark, sie war immer wieder, sie stürte. Wir haben meine Freundin, ihr дом komplett verletzt, und ihr däde, der in die Schmerz kam, er schloss. Wir haben eine große Herausforderung. Weil wir arbeiten werden, haben wir nicht. Wir werden pensionen, haben wir nicht. Wir werden für die Kinder, für die Kinder, für die Kinder, für die Kinder. Wir werden die Kinder in der Schule gehen, weil sie in der Pferde sitzen. Weil sie nichts mehr machen können. Und so und so, dass wir diese Krieg gewinnen. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Originalton bei Wikipedia nicht erwähnt wurde. Er, meines Wissens nach, nirgendwo in den europäischen, in den großen Medien zitiert wurde. Petro Boschenko ist der Vorgänger von Zelensky und war von 2014 bis 2019 Präsident der Ukraine. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Regierung seit 2014 maßgeblich von der USA beeinflusst wurde. Dazu gibt es ein interessantes Statement von Daniele Ganser bei Patrick Reiser, wo er das sehr gut dargelegt hat aus meiner Sicht. Jetzt gibt es diese beiden Perspektiven. Wer ist der Aggressor? Ist das NATO? Ist das die Russen? Es gibt ja auch so die Perspektive, wo man sagt, Russland versucht auch zum Beispiel Georgien oder Moldawien oder Ukraine in die GUS, das ist die Gemeinschaft unabhängige Staaten, so ein bisschen rein zu zwingen. Und das möchte die Ukraine nicht und darum möchte sie eben halt auch von alleine in die NATO. Sie möchte nicht in diese GUS rein. Weisst du da mehr? Ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen, wer ist der Aggressor. Also in der historischen Forschung sagt man, man nimmt die Zeitachse und auf der Zeitachse schaut man, wer den ersten Schuss abgegeben hat. Das ist eigentlich die normale Analyse. Aber es ist gerade jetzt hier im Fall mit der Ukraine nicht so einfach. Also der erste sozusagen Eskalationspunkt war wirklich 2008, als dieser NATO-Gipfel in Bukarest, eben in Rumänien, als der amerikanische Präsident George Bush Jr., der ja übrigens 2003 den Irak überfallen hat und dann Krieg gegen Afghanistan geführt hat, also sehr eine aggressive Asienpolitik geführt hat, als Bush gesagt hat, wir wollen die Ukraine in die NATO ziehen. Weil damals hat schon der amerikanische Botschafter in Moskau, der die Russen natürlich genau beobachtet, hat gesagt, da berühren wir einen rohen Nerv. Jetzt steht mal vor, einen rohen Nerv. Also die Nerven, wo können wir die Nerven berühren? Im Auge. Also wenn man direkt auf sein Auge fasst, weiss man in etwa, was ein roher Nerv ist. Das hat niemand gern. Und das ist die Formulierung der amerikanischen Diplomaten. Die sind jetzt über Wikileaks deklassifiziert. Dieser Botschafter ist jetzt der Chef der CIA heute. Er weiss genau, was eigentlich dieser Entschluss in Bukarest 2008 bedeutet hat. Und wenn du jetzt fragst, wer hat angefangen, würde ich sagen, ja die NATO hat mit diesem Beschluss ein unnötiges, gefährliches Spiel gestartet. Man hätte auch damals sagen können, die Ukraine bleibt einfach neutral. Hätte ich einfach, ja, soll ich die offen besser gefunden? Aber es ist ja nicht so, dass die Historiker da gefragt werden. Wir können es dann einfach beschreiben, was passiert ist. Und der zweite Schritt, meiner Meinung nach fatale Schritt war, dass die USA im Jahre 2014 die Ukraine, in der Ukraine einen Putsch durchgeführt haben. Und das wird jetzt, ich habe das öfters gesagt, ich habe das eben auch in einem Vortrag gesagt, seitdem ich in Berlin gehalten habe. Und ja, jetzt werde ich zum Teil kritisiert, dass ich sage, die USA haben einen Putsch in der Ukraine durchgeführt. Wie kommst du darauf? Was ist da die Evidenz, Daniela? Also was sicher ist, ist, dass es den Putsch gegeben hat, ja. Also das ist mal das Erste. Die Historiker sind sich einig, am 20. Februar 2014 wurde die Regierung in der Ukraine gestürzt. Und es wurde eine neue Regierung installiert. Die alte Regierung wollte nicht in die NATO und die neue Regierung wollte in die NATO. Und das ist natürlich sozusagen für den Historiker so, ah okay, die USA wollten ja die Ukraine in die NATO ziehen. Jetzt haben die eine Regierung dort installiert, die eben diesem Plan folgt. Und dann geht man ein bisschen genauer hin und schaut sich die Daten an. Und die wichtigste Frau in diesem Spiel ist Victoria Nuland. Die hat im amerikanischen Außenministerium auf etwa dritter oder zweiter Position stellvertretende Außenministerin gearbeitet 2014. Und ist dann auch in die Ukraine geflogen und hat dort sich mit den Demonstranten getroffen. Also in der Ukraine gibt es ja die Hauptstadt, die heißt Kiew. Und in Kiew gibt es einen bekannten Platz, das ist der Maidan. Das ist einfach der große Platz in der Hauptstadt. Und auf diesem Maidan haben sich ab dem Dezember 2013 sehr viele Menschen versammelt und die haben gegen die Regierung von Präsident Janukowitsch protestiert. Und der Anführer auf diesem Maidan, da kannst du dich sicher erinnern, war Klitschko, der Boxweltmeister. Also, ich weiss nicht, schaust du Boxen, Patrick? Ja, hab ich früher. Also Vitali Klitschko kennst du auch, oder? Ja, klar. Absolute Maschine. Sieht auch jetzt wieder in den Medien, oder? Ja, jetzt ist er Bürgermeister. Ja. Aber früher war er ja als Boxer noch bekannt. Und er war eigentlich der Anführer der Demonstranten. Es gab noch andere, aber er war halt der im Westen bekannte Anführer Klitschko. Und die Amerikanen haben dann mit Klitschko sehr eng zusammengearbeitet. Dann ist Senator McCain von den USA in die Ukraine geflogen und hat also auf dem Maidan die Demonstranten besucht und hat sie sozusagen unterstützt, die Regierung zu stürzen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, ein russischer Politiker würde, ich weiss nicht, auf eine Black Lives Matter Demonstration in Washington fliegen und dort sagen, stürzt die Regierung in Washington. Also das ist schon harter Tabak, was John McCain damals gemacht hat. Victoria Nuland hat dann mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine, mit Geoffrey Pyatt, besprochen, wer die neue Regierung sein soll. Also die Demonstranten sind in der Botschaft, in der amerikanischen Botschaft ein- und ausgegangen, wurden dort auch bezahlt, wurden auch ausgerüstet und geschult. Und damit bin ich einfach überzeugt, dass die amerikanische Botschaft in Kiew eigentlich das Zentrum war für den Putsch. Und dann gab es ein abgehörtes Telefongespräch von Victoria Nuland mit Geoffrey Pyatt, also dem amerikanischen Botschafter. Das war am 7. Februar 2014 starten und in diesem Telefongespräch sagt Victoria Nuland, ja Klitschko, den sollten wir nicht in die Regierung nehmen. Er ist nicht geeignet, der ist gesagt, den Boxer, der bekommt keine Top-Position nach dem Putsch, sondern wir nehmen Arsenijatzenjuk. Und Yatsenjuk wurde dann tatsächlich Premierminister. Und das ist dann, weißt du, so arbeitet der Historiker, ich sehe das abgehörte Telefongespräch, das war eigentlich vertraulich, wurde dann abgehört. Und es wurde bekannt, weil Victoria Nuland gesagt hat, fuck the EU. Ja, habe ich mal irgendwo gelesen. Die Leute können sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, aber das hat dann Angela Merkel verärgert, weil fuck the EU ja wirklich kein netter Ausdruck ist. Aber damit wollte Nuland eigentlich nur sagen, ja, die Europäische Union, die brauchen wir da nicht so einzubinden. Und das Wesentliche für mich ist dann, dass ich sehe, okay, gibt es dieses Gespräch? Und dieses Gespräch hat es gegeben. Nuland musste sich auch entschuldigen. Und dann muss ich das Gespräch wirklich nochmal genau lesen. Und dann sagt sie wirklich, Klitschko soll nicht Premierminister und auch nicht Präsident werden, obwohl er eigentlich der Anführer der Demonstrationen war, sondern wir nehmen Yatsenjuk. Und dann wird Yatsenjuk tatsächlich Premierminister. Und das ist natürlich dann für mich der Beweis, dass die Amerikaner den Putsch durchgeführt haben. Und da wäre dann die Frage, hat das Obama, der war damals Präsident in den USA, überhaupt öffentlich zugegeben? Und die Antwort ist nein. Obama hat CNN ein Interview gegeben und hat nur gesagt, ja, wir haben bei der Machtübergabe in der Ukraine geholfen. Das ist natürlich, das ist irgendwie völlig falsch ausgedrückt. Das ist nicht geholfen, sondern sie haben in der Ukraine die Regierung gestürzt. Und ich verstehe, dass es eine Diskussion gibt unter den Historikern über diesen Putsch. Aber meiner Meinung nach sind die Fingerabdrücke der USA absolut eindeutig. Eine Regierung, die offen vertritt, Völkermord zu begehen, Kriegsverbrechen zu begehen, ein Genozid zu begehen, wird von den USA und der NATO unterstützt. Oder man kann sogar sagen, sie wurde sehr wahrscheinlich in hohem Maße von den USA initiiert. Der Journalist mit dem Pseudonym Mark Baltalmein schildert, dass er der Einzige gewesen wäre in der Ostukraine, der Bericht erstattet. Es hätten ja die Vertreter der großen Medien in Europa, hätten ja sich ein Bild machen können. Aber offenkundig hat kein Interesse bestanden. Was heißt das? Die großen Medien, sie haben das alles gewusst. Sie haben gewusst, was im Osten der Ukraine passiert und sie haben darüber nicht berichtet. Aus meiner Sicht unterstreicht das eindeutig, dass die ganzen Berichte von Alina Lipp oder von anderen in dem Ausmaß oder hier aus der Dokumentation Ukraine in Agony, dass es in vollem Ausmaß stimmt. Und dass damit auch die Argumentation von Russland und von Putin stimmt, die Ukraine müsse entnazifiziert werden. Denn das hier, das bedeutet, dass nicht nur eine kleine Minderheit Nazis sind, sondern auch Leute wie Petro Proschenko, dass sie Nazis sind, mehr oder weniger. Man kann sagen, es sind Leute, die bereit sind, Kriegsverbrechen zu begehen, einen Genozid zu begehen. Peter Di Klitschko ist auf Fotos zu sehen mit Soldaten, die Embleme tragen, die Nazi-behaftet sind. Also mit Nazi-Symbolen. Und diese Symbole sollen weit verbreitet sein in der ukrainischen Armee. Das soll nichts Besonderes sein. Man muss wissen, dass es in den 30er Jahren in der Sowjetunion den sogenannten Holodomor gab. Eine organisierte Hungersnot, die besonders die Gebiete der Mitte der Ukraine betroffen hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass natürlich die Russen dort bei einem großen Teil der Bevölkerung nicht so beliebt sind deswegen. Und dass er in der Grund bleibt. Und dass natürlich die Bevölkerung deswegen auch leicht gegen Russland aufgestachelt werden kann. Es ist aber so, dass es in der Ukraine eine große russische Minderheit gibt, die sich vor allem im Osten des Landes aufhält. Zudem ist es so, dass der Osten des Landes nicht so sehr von dieser Hungersnot betroffen war. Dass also dort die Bevölkerung nicht so negativ gegen Russland eingestellt ist, wie im Westen und in der Mitte der Ukraine. Zudem ist der Osten reicher als der Westen. Sehr viel reicher. Und deswegen ist es vielleicht für die Mitte und den Westen wichtig, den Anschluss an Europa zu finden, weil damit die Hoffnung verbunden ist, dass Geld in die sehr arme Ukraine fließt. Die ein deutlich schlechteres Wirtschaftswachstum aufweist als alle Ostblockstaaten. Auch deutlich schlechter als Russland, deutlich schlechter als Polen. Man kann sagen, die Mitte und der Westen der Ukraine sind das arme Haus Europas. Weniger die Ostukraine. Welches Bild wurde hier von Petro Poroschenko gezeichnet? Die Verbrechen in der Osten der Ukraine. Mir war es gar nicht bekannt. Und hier wird es so berichtet, ja, das waren halt so Randerscheinungen. Und die Aufstände im Osten, es waren sowieso Russen. Eingesickerte Russen. Von Putin gesendet. Und die Leute dort, die haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Sondern es ist alles von Putin angezettelt. Der die Ukraine einverleiben will. Dieses Statement von Poroschenko beweist aber genau das Gegenteil. Denn er will ja die Bevölkerung kleinkriegen. Das heißt, hier liefert er verschiedene Beweise. Der Osten der Bevölkerung will sich wahrscheinlich mehrheitlich von der Ukraine abspalten. Will jedenfalls diese Regierung, will das nicht mittragen. Sonst müsste Poroschenko ja nicht die Bevölkerung bombardieren. Es zeigt sich außerdem, dass diese Angriffe auf Wohnhäuser, dass das nicht irgendwelche rechtsextremen Splittergruppen sind, das aus Versehen passiert, aber die Regierung das eigentlich nicht befohlen hat. Sondern dass diese ganzen Angriffe auf die Zivilbevölkerung, dass es nicht gefakt ist und dass es auf Befehl der Regierung geschehen ist. Und das ist ganz wichtig. Die Regierung hat hier kriegsverbrecherisch gehandelt und es wurde uns nicht berichtet. Stattdessen wurde uns berichtet, Petro Poroschenko, das ist ein guter Demokrat, auf dem besten Weg. Die Ukraine ist mit Petro Poroschenko auf dem besten Weg, ein europäischer Musterstaat zu werden. Das geht alles ganz in die richtige Richtung. Dort gibt es eigentlich keine großen Probleme. Alle Probleme dort stiftet Putin, weil er Unruhe stiftet, indem er Leute einschleust, die die Ukraine destabilisieren. Putin destabilisiert, Petro Poroschenko, er ist ein guter Demokrat. Überhaupt ist die Ukraine demokratisch und die Ukrainer stehen hinter Poroschenko. Was natürlich auch verschwiegen wurde, ist, dass nach 2014 im Osten und auf der Krim natürlich nicht mehr gewählt wurde und natürlich die Wahlergebnisse so ganz anders ausfallen. Es zeigt sich hier auch, dass der Vorwurf, dass die Rentenzahlungen eingestellt wurden, Löhne nicht gezahlt wurden, dass das nicht irgendwie Pech ist, dass sich aus den Kriegswirren ergibt, sondern dass das auch ganz gezielt war. Dass das kein Unfall war, sozusagen weil es halt Krieg ist und man die nicht ausbezahlen konnte, sondern das war gezielter Terror an der Bevölkerung. Man muss sich das mal vorstellen. Er sagt, die Kinder, sie sollen sich im Bunker aufhalten, sie sollen sich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, sie sollen nicht in die Schule gehen können. Das zeigt ganz eindeutig, dass die Regierung gezielt Schulen und lauter zivile Einrichtungen angegriffen hat. Dass das kein, nicht irgendwie Pech war, dass das vollkommen gezielt war, dass es die Absicht war, die Bevölkerung zu terrorisieren. Und dass dabei natürlich es zahlreiche Todesopfer gegeben hat und sie bewusst in Kauf genommen wurden. Das ist Terror gegen die Bevölkerung. Normalerweise geht man davon aus, wenn jetzt die Ukraine, die Ostukraine, zurückerobern will. Dann war hier so der Eindruck, ja gut, das ist ja klar, das ist ja die Ukraine und wenn die da drüben aufständisch sind, hat natürlich die Ukraine das Recht, ihr Gebiet zu verteidigen. Aber das heißt, man muss dann gegen Soldaten kämpfen. Hier wird einfach gegen die Zivilbevölkerung gekämpft. Das ist was vollkommen anderes. Und es ist aus meiner Sicht ganz klar Volksverhetzung der Medien hier, das auszuschweigen. Es ist Volksverhetzung gegen Russland. Es ist nicht nur ein Angriff gegen Putin, weil die Bevölkerung steht hinter Putin. Und daraus resultiert zwangsläufig, dass die Leute dann hier denken, okay, die ganzen Russen sind für einen vollkommen angriffslüsternen, unrechtmäßigen Krieg. Sie wollen all das Sowjet-Imperium zurück. Sie sind also nicht ganz dicht, sozusagen. Aus meiner Sicht wird hier ganz klar deutlich, dass dieser Krieg sehr wahrscheinlich sehr viel gerechtfertigter ist als alle Kriege der NATO in den letzten 20, 30 Jahren. Denn wir haben hier eine russische Minderheit, die augenscheinlich akut bedroht ist. Der ukrainische Präsident damals so etwas sagt und dass keine Proteste zufolge hat in der Ukraine. Das heißt natürlich nicht, dass alle Ukrainer dahinterstehen. Wahrscheinlich haben es viele Ukrainer auch nicht mitbekommen. Aber Fakt ist, dass die Regierung so ist. Sehr wahrscheinlich versucht natürlich auch der Westen Einfluss zu nehmen, wie natürlich auch Russland versucht, Einfluss zu nehmen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Medienberichterstattung so ist, dass natürlich Poroschenko nett ist. Auch in den ukrainischen Medien es nicht vorkommt, was im Osten der Ukraine passiert ist. Dieser Terror gegen die Zivilbevölkerung. Weil ja einfach die Journalisten der großen Medien dort nicht hingegangen sind. Wohlwissend sehr wahrscheinlich, was da passiert. Hier erschien der Furo vollkommen absurd. In der Ukraine Nazis? Das ist ja vollkommener Quatsch. Das ist völlig absurd. Der Poroschenko ist doch nett. Wir haben es doch die ganzen letzten Jahre gesehen. Der will in die EU. Der ist demokratisch. Das ist doch kein Nazi. Das spielt doch Extremismus keine Rolle in der Ukraine. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Das sind vielleicht ein paar Randgruppen. Das spielt keine Rolle. Dass das Aseraufbataillon, das sich offen mit Nazi-Symbolen schmückt, zur Kriegsführung eingesetzt wurde, war schon ein klares Indiz, dass die Regierung dahinter steht. Hier sind Russenhasser. Die lässt man in der Ostukraine auf Russen los. Es setzt sich in der Ukraine eine Serie fort. Alle Revolutionen in den letzten Jahren, die vom Westen, von den USA angezählt wurden, haben die jeweiligen Länder ruiniert. Im Nahen Osten und jetzt hier die Ukraine. Die Ukraine ist ein Trümmerfeld. Und nicht erst jetzt, seit dem Einmarsch von Putin, sondern seit 2014 herrscht Bürgerkrieg. Realer Bürgerkrieg. Der nicht aufzulösen ist. Oder nur dadurch, dass die ganze russische Bevölkerung auswandert nach Russland. Man muss wissen, dass Poroschenko auch ein föderales System ablehnt. Ganz im Gegensatz zu Janukowitsch. Janukowitsch Partei hieß Partei der Regionen. Und aus meiner Sicht ist das der einzige vernünftige Weg, wie man die Ukraine zusammenhalten kann. Als Vielvölkerstaat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ihr vergessen habt, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.